Sehr geehrte Schulleiterin Frau Stolp, sehr geehrte Schulteamsprecherin Frau Stolle, liebes Fairtrade-Schulteam und liebe Schülerinnen und Schüler der beruflichen Oberschule der Stadt Nürnberg. Ich freue mich heute, jetzt rechtzeitig vor den Ferien, euch als Fairtrade-School auf diese digitale Weise auszeichnen zu dürfen. Die Auszeichnung hat eure Schule nämlich auch mehr als verdient, denn ihr engagiert euch gleich auf verschiedenen Ebenen für den Fernhandel. Das zeigt ihr nicht nur im Unterricht oder in den fairen Pausen, sondern ihr geht auch raus aus der Schule, was ich besonders toll finde, und rein in die Fußgängerzone und kommt da mit den Menschen über den fairen Handel ins Gespräch. In Nürnberg seid ihr da auf einem guten Pflaster, denn die Stadt Nürnberg ist bereits seit zehn Jahren bei der Fairtrade-Towns-Kampagne aktiv und auch die gesamte Region Franken ist sehr engagiert für den fairen Handel. Gerade jetzt mit der Pandemie sind der faire Gedanke und euer Engagement umso wichtiger. Die Produzentinnen und Produzenten im globalen Süden, die unseren Tisch decken oder uns anziehen, trifft die Krise doppelt hart. Zum einen, weil die Infrastruktur und das Gesundheitssystem so schwach sind, dass hier die Menschen mehr Schwierigkeiten haben, sich zum Beispiel einfach nur die Hände zu waschen oder Abstand zu halten, was für uns oder was uns ja manchmal auch schon schwerfällt, aber letztlich ja doch gar kein Problem ist. Zum anderen gibt es im globalen Süden zum Beispiel kein Kurzarbeitergeld. Dort versucht der faire Handel mit der Fairtrade-Prämie den Menschen vor Ort eine konkrete Hilfe in dieser Situation zu sein. Deshalb darf gerade jetzt der faire Handel keine Pause machen. Dass ihr den Blick in den globalen Süden ernst nehmt und Solidarität zeigt, ist ein tolles Zeichen und dafür gebührt euch der Dank. Nach zwei Jahren wird überprüft, ob ihr immer noch so aktiv seid und weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Schools-Kampagne erfüllt. Also lehnt euch nicht zurück, jetzt geht es erst richtig los. Wir freuen uns auf viele weitere Aktivitäten und hoffen, dass die Urkunde einen gebührenden Platz an eurer Schule erhält. Herzlichen Glückwunsch!